Das einst bedeutende Bahnbetriebswerk Wittenberge an der Berlin-Hamburger Eisenbahn verfiel nach der Wende in einen tiefen Dornröschenschlaf. Doch im Jahr 2011 kehrte das Leben allmählich zurück. Mit öffentlichen Fördermitteln konnten die baulichen Einrichtungen saniert werden und im Herbst 2012 eröffnete dort Brandenburgs größtes Eisenbahnmuseum. Der Verein historischer Lokschuppen Wittenberge präsentiert dort gemeinsam mit den Dampflokfreunden Salzwedel nicht nur erstklassig restaurierte Gebäude wie den Ringlokschuppen 2, die Lokleitung und das Stellwerk WM, sondern insbesondere auch eine umfangreiche Fahrzeugsammlung. Am 4. und 5. Mai fand dort das erste Dampflokfest im Jahre 2013 mit Führerstandsmitfahrten Schienentrabi und Bockwurst statt. Gleich vier der für das BW Wittenberge typischen Dampfloks der Baureihe 50.35 haben hier ihr zu Hause. Doch nur die 50.35.70 ist derzeit betriebsfähig. Mit der kleinen Werklok Emma gibt es hier aber noch ein weiteres Exponat unter Dampf. Dirk Endisch, bekannter Bahnbuchautor und Verleger, führte die Besucher durch die Hallen und gab sachkundige Erläuterungen. Dirk Endisch, bekannter Bahnbuchautor und Verleger. Jetzt kommt immer das große Bohr bei gestaubenden Maschinen. Ja, von der Dampfkopfunterhaltung ist alles Mechanik, da brauchen wir nicht viel, also große elektrische Prüfstände und sowas, Computertechnik. Jetzt vergessen wir mal alles. Wir brauchen Drehwärter, wir brauchen eigentlich ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl. Das waren die Kriegswerke, das ist auch nicht einfach noch mal hergestellt. Da sind wir schon noch ein Schnellspieler. Aber hier haben wir einen Stuhl. Die 1935 gebaute 0604 dient den Nammflokfreunden mit ihren 130 PS aus dem luftgekühlten Dieselmotor zum Verschub. Zur Belustigung der Besucher gab es Resinenfahrten mit Unterstützung durch den Schienentrallye. Auch die 503570 stand an diesem Tag selbstverständlich unter Dampf und absolvierte zahlreiche Führerstandsmitfahrten für das Publikum. Dabei geht es vorbei an den über 100-jährigen Wassertürmen und dem zur Bekohlung genutzten T174-Bagger aus den 70er Jahren. Am Abend wurden für Fotofreunde gegen geringes Entgelt noch einige Motive vor dem Schuppen, auf der Drehscheibe und an der Lockleitung arrangiert. von der Drehscheibe Bokko, gehst du zurück? Gehst du auf die Köln, hab ich? Alle mal her, komm! Halt, 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 halt! Dann muss er aber mit so einem kleinen Deckel-Ding da ewig weiter fahren. Jetzt schützt du auf die Köln. Okay. Sagen scheiße. Oh, ich weiß, ja. Danke! 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 Danke!